Filme auf YouTube hat sich wohl schon jeder oder fast jeder mal angesehen. Videos, Konzertausschnitte, Sportereignisse. Aber da gibt es auch eine ganz eigene Szene auf YouTube, die so ihre ganz eigenen Stars auch hervorgebracht hat. Heute fand in der Kalkschorne in Berlin eine Konferenz mit eben diesen Stars statt. Goldgräberstimmung im YouTube-Land. YouTuber wollen endlich Geld verdienen, Unternehmen wollen garantierte Reichweiten. Da kann man doch was zusammen machen, darum geht es hier. Denn Fernsehen und selbst Facebook sind für die Werbebranche fast von gestern. Also wenn Sie wirklich die Jugend von heute erreichen wollen, die 14- bis 15-16-Jährigen, die werden Sie bei Facebook nicht mehr erreichen. Facebook ist für die fast schon tabu. Also ran an die Influencer, so nennt das die Branche. YouTuber, die Videos über ihren Alltag, Mode und so weiter veröffentlichen. Sie machen Seeding, säen also Produkte und Themen und ernten dafür Bares. Bibi ist mit ihrem Beauty-Kanal eine der erfolgreichsten. Hallo meine Lieben. Ihre Videos sind ohnehin voller Produkte, für vieles wird sie bezahlt. Ihre Fans sind Teenie-Mädchen, die sie als Vorbild sehen. Sie erreicht Millionen. Muss man so junge Leute nicht fast erschützen vor zu viel Konsumbotschaften? Also was heißt jetzt Konsumbotschaften? Mein Kanal besteht ja nicht nur daraus, dass ich irgendwie Dinge anpreise. Würdest du sagen, du machst einen Werbekanal? Nee, null Prozent gar nicht. Dabei macht Bibi richtig Umsatz. Wie viel will sie nicht sagen, aber es lohnt sich wohl. Auf der Konferenz sind lauter Nachwuchs-YouTuber, die auf Verträge mit Marken hoffen. Bei mir geht's hauptsächlich um Rezepte und Ernährung und Essen. Lifestyle, Beauty, Fashion. Ich glaube von uns allen ist es so mal der Traum, vielleicht damit so sein Geld zu verdienen. Gefragt ist Werbung, die nicht wie Werbung wirkt. Also laden Reiseunternehmen YouTuber ein. Der Nutzer kann kaum erkennen, wer dafür bezahlt hat. Die Regeln sind unscharf. Werbung in der Grauzone. Wenig Kontrolle macht's möglich, sagt selbst einer der Stars der Szene. Und wenn die Landesmedienanstalt nicht hinterherkommt, da mal die Regeln mal wirklich aufzusetzen, jetzt nach zehn Jahren, dann klar, wir können jetzt schlecht sagen, alle die Influencer, die sind schuld. Aber man kann auch nicht sagen, dass nur die Influencer schuld sind. Doch nicht jeder Influencer kann davon leben. Nur wer viele Klicks hat, ist dabei im YouTube Big Business.